Ja, willkommen beim Fixit Monday. Hier geht es heute um das Thema Wing Chun und da um das G-Sound. Da machen sehr sehr viele, eigentlich die meisten aus meiner Erfahrung den Fehler, dass sie sich nur auf Techniken konzentrieren. Nur auf die Hände, nur auf Schulter, Ellbogen, Handgelenk, dass man da hier irgendwelche Reaktionen ausführt. Auf was fast niemand achtet, ist die Stabilität, das heißt auf den Rücken und auf die Hüfte und dass man hier stabil steht. Aber was bringt das Ganze, wenn der Gegner mal nicht nur so einen punktuellen Vorstoß macht, sondern mit seinem ganzen Körper reingeht? Dann wird man seine Techniken auf einmal nicht mehr ausführen können, weil man selbst die Balance verliert. Und wenn man sich die Sektionen anzieht, dann hat jede Sektion eine Übung drinnen, wo man die Stabilität testen kann und auch sollte. Und das berücksichtigt man halt in der Regel nicht. Zum Beispiel hier beim Einstieg in die erste Sektion. Ich mache einmal den Einstieg. Da macht man zum Beispiel hier den Zug ganz locker, hier zieht man die Hand nach vor, ganz locker hier und dann greift man an. Und er kann hier das ganz leicht abwehren. Mit Jumsau und Vorstoß. Aber wenn man das richtig macht und hier richtig andrückt, zum Beispiel er macht das bei mir und ich achte nicht auf meine Stabilität, dann wird er mich hier auf einmal wegschmeißen. Ich kann hier meinen Jumsau gar nicht machen. Wenn ich aber hier wirklich stabil stehe, Rücken gerade und dann hier mit der Körperverbundenheit einen Landsau mache und er probiert das wieder hier, dass er mich wegdrückt. Auf einmal kann ich das ganz leicht aufnehmen und man sieht schon, ich bin drinnen. Nicht nur mit dem Vorstoß, sondern ich könnte hier auch schon einen Faxa machen mit dem Vorstoß. Und er hat hier, wenn er diese Technik durchzieht, obwohl ich richtig reagiere, keine Chance mehr auf eine Abwehr. Und ich finde, man sollte das dann in den Sektionen auch so trainieren. Also schauen wir es uns noch einmal an hier. Die erste Sektion, ich mache den Einstieg. Das heißt, richtig ist es so, ich mache den Zug. Jetzt rutsche ich nach vor und habe diesen Druck hier beim nach vor gehen. Also ich halte die Hand nicht nur lascher, da ist eine Abwehr ganz leicht. Also richtig mit tiefem Mehlbogen rein und er kommt hier ganz leicht rein. Wenn er das aber probiert, den Jumsau und er hat aber keine Struktur, er probiert aber den Jumsau, sieht man schon, er hat keine Chance auf eine Abwehr. Und probiere das einmal aus zu Hause, trainiere es richtig, trainiere hier wirklich tiefer Stand, Körperschwerpunkt senken, gerader Rücken. Hier wie in der Form auch schön den Lanzau, da macht man hier diese Abwehr. Er steigt hier ein, er drückt dann hier an und ich kann das ganz leicht aufnehmen. Hören wir noch. Hier, ich kann das ganz leicht aufnehmen und bin hier schon drinnen.